Hallo. Hallo. Wir machen bei so zwischendurch mal. Vielleicht kommt jetzt immer was. Vielleicht. Hier so Just Cause 2 Multiplayer kam ja gestern offiziell so raus. Ja, gestern am 16. Lachen wir nicht los. Ah, hier passen wir noch. Haha, ich lache nicht. Seid ihr noch da unten in der Straße? Ja, aber weitergefahren. Okay. Ja, warte, ich komme jetzt mit dem Melee hin, dann können wir da alleinsteigen. Warte mal, Marco, ich muss was ausprobieren. Bleib mal stehen. Seid ihr in die gleiche Richtung gefahren, wo ihr gerade da gefahren seid? Ja, hör auf mich anzugucken. Äh, nee. Was zur Hölle? Also, unser Auto macht echt nicht mehr lange. Ah, ich find euch nicht. Dachte mal, wenn ihr die Raketen hört. Ah, okay. Nein, ich weiß nicht. Hör mal auf, überall das S dran zu hängen, Jan. Ja, ich weiß, ich hab's mir ja überangewöhnt, ist mir gerade da schon aufgefallen. Ja, steck mal ein. Nicht aus... Aua. Das war's. Ah, geil. Bist du auch so rumgespackt wie ich? Ja. Seid hier drin, ne? Ja. Ah, Junge! Luki infiziert mich hart. Ach, das meintest du? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Cool, wie wir da jetzt alle drin sitzen, wenn alle gleich aussieht. Also, du willst jetzt verlassen in Silmarco? Ja. Nur wenn wir nicht abstürzen. Gibt's hier Tab? Nö. Warte mal, wie viele Leute passen eigentlich in so einen Flieger rein? Was für einen Flieger? So einen privat, äh, richtigen Passagierflieger. Ja. Weiß ich gar nicht, hab's noch gar nicht ausgestimmt. Oder sowas. Ich wär für 100. Weil ich glaub, mit dem wär's, weil mit dem wir sind, glaub ich, schneller. Denk ich auch. Oder meinst du jetzt ein Jet? Seid ich mal kurz? Wo ist denn ne Map? Map ist oben. Weil da vorne wär auch direkt ein Flughafen, wo es die gibt, die dicken. Kann man die nicht noch größer machen? F? Ja, du kannst ranzoomen noch. In sieben Kilometern, da kommt ein Flughafen, lass doch mal so ein großes Passagierflug... Passagier, du hast schon wieder falsch. Ja, ich weiß. Bin zu duft zum Reden. Passer. Ui. Aber ich finde, ist noch nicht so ganz ausgereift. Könnt ein bisschen ausgereifter sein. Ja. Ja, man hängt sich an Heli dran und spackt übel ab. Na, das ist im Singleplayer auch so. Ja. Wenn die landen, dann spackst du richtig ab. Weiß ja nicht, warum ihr euch da dran gehangen habt. Ich wollte so einsteigen, weil du so hoch warst. Ja, aber dann hätten wir ihn rausgeschmissen wieder. Das ist ein bisschen doof gemacht. Dann drückt man C. Doch, je. Warte. Passiert nichts. Das sieht so dumm aus. Ne, passiert aber euch nichts. Nein. Mir nicht. Ja, schade. Eigentlich hat man dann so von vorne auch dran sich. Das sieht so lächerlich aus. Wie wie da alle gleich aussehen, drin sind. Das finde ich auch. Das könnten sie noch einbauen, dass man verschiedene Models hat. Ja, ich war vorhin mal auf dem Server. Da gab es das sogar. Ja, das ist ja selber gescriptet. Aber das ist voll komisch. Das ist mit Lua geschrieben hier auch. Da vorne müsstet ihr auch schon den Flughafen sehen, ne? Ich gucke gerade auf mein Handy. Marco, du. Ich zog hier gerade Simpsons. Was ist? Den Flughafen da vorne siehst du, oder? Ja, TP Airport. Ah, stimmt. Hätten wir das nicht einfach einfach gemacht. Ja, aber ich wusste nicht den TP. Heute sind wir eh so gut. TP Racetrack. Ja, deren Schreck ist aber irgendwie voll lame. Aber klein. Naja, nicht wirklich. Geht ja über die ganze Insel, aber hey. Sehe ich klein aus. Aber ich spiele normalerweise mal mit Controller. Nur, ich glaube das geht gar nicht jetzt, wo der Multiplayer einen eigenen Client hat. Doch, das war immer schon... Eigentlich, ich glaube wir können mal runterspringen, oder schon? Warte! Pat, Pat. Ich bin hier gerade noch am machen. Okay, dann sink ich, schau mal. Kannst du den Motor ausmachen? Ne. Wobei, warte, ich kann gucken, ob der... Geht der nicht eigentlich auf E aus? Nein, in just cause kannst du muss doch nicht ausmachen. Nein, E steigst du aus. Die Niederländer da verwirren mich immer voll. Das geht, ne? Der Holländer ist Holländer. Warte, Jan. Ja, warte kurz, wir können sofort. Alter, steig gleich einfach raus. Ja, tu mir leid. Ich muss hier Simpsons machen. Du musst die machen? Ja, jetzt ist Robin an dem Platz. Okay, Robin, du fliegst den Heli, ne? Cool, wir stürzen gleich ab. Nein, scheiße, jetzt hab ich dich raus. Lo, 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 häng nicht an den Fallschirm. Nein! Häng nicht an den Heli, nein! Wir machen doch Fallschirm, Alter. Ne, ich will mich an den Heli hängen. Häng nicht an den Fallschirm ran. Aua. Von oben ist das scheiße. Alter, nicht doch mal gerade nach unten. Wer hat den Heli eigentlich kaputt gemacht? Niemand. Nehmen wir so einen Privatjet oder einen großen Privatjet? Ja, einfach aufzuregen. Privatjet. Du hast mich gerade getiltet. Ich? Ja, du hast mich fett zerquetscht. Hä? Ich, ähm, hä? Ich war gar nicht bei dir. Der Heli hat mich dann halt fett zerquetscht. Hahaha. Marco, komm mal zu mir. Ich bin fast da. Ich bin nur gerade irgendwie... Ah, mach doch nicht für das Heli. Halbauf. Drei Sekunden. Slash... TP... Airport... Na, wo spawne ich denn jetzt hier? Ja, da. Auf der anderen Seite. Wo seid's? Äh, boah. Wo seid ihr denn? Was ist das überhaupt von den Plätzen her? Ich weiß nicht, ob er oben da jetzt noch rein kann. Glaub nicht. Wo ist denn Robin? Ist Robin dahin? Ich seh euch gerade. Doch, ich komm gerade auf euch zu. Marco sitzt noch im Heli. Nee. Bei mir werdet ihr noch im Heli... Ach nee, das ist ein Jet. Warte, ich komm mal in eine Richtung. Nimm halt einfach ein Passagierflugzeug, Mann. Ja, wir gucken mal, ob das jetzt hier passt. Der Jet ist schnell schneller. Ich hab Revolver, Junge. Denk nicht. Jetzt hör auf. Das macht... Ja, okay, das macht kaum Schaden, aber... Guck mal, ob du jetzt noch rein kannst. Dann geh mal ganz an die Seite, da wo... Kannst du noch irgendwie eh drücken? Ja, auf deiner Fahrerseite. Okay, mach mal einfach. Dann schmeiß dich raus. Ja, okay, dann lass mal gucken, ob ein Großpasser... Alter, irgendwie hab ich's halt mit dem Worte. Mein Gott. Ja. Wie man nicht einsteigen kann. Was ist denn das? Bist du drin? Ja. Ich bin auch drin. Weil ich Jan rausgekickt hab. Versucht mal hinten, hinten ist auch ein Eingang. Echt? Ah ja, stimmt. Drück. Nee. Ja, wären wir mal beim Heli geblieben. Ja, hier gibt's aber auch ein Heli. Warte, ich hol den kurz. Glaub ich sogar schneller als ein Heli, den wir hatten. Ja, dann macht ihr mal. Ich dreh das Glücksrad. Aber warum nehmen wir nicht einfach alle einen scheiß kleinen Minijet, der sau schnell ist? Weil ich nicht fliegen kann. Nein! Dann steigst du bei mir ein. Marco, hier sind zwei Sitze. Dann steckst du bei mir ein und Roman weiß ja, wo man fliegt. Kein Plan, wie man mit Tastatur fliegt. Nee, ich glaub grad nur hinter dir her. Kannst du erklären. Easy. Wo bist du, Roman? Nirgends. Hier sind doch vier Sitze drin, oder? Nein, da sind zwei Sitze drin. Konnt er grad aber hinten einstellen. Doch, guck. Ja, das sind zwei Sitze, ja. Achso. Ja. Marco. Ja, ich dachte, da waren Beifahrer. Ihr nehmt immer so einen kleinen Robin. Sieht ja geil aus. Und die Mongo-Maschinen. Äh, mit Shift gibst du Gas, aber gibst zum Start nicht ganz zu viel Gas. Ja, wobei doch, bei dem hier kannst du, reicht schon so eine kleine Strecke. Und dann halt mit S hochziehen. Heißt für hochziehen? Und dann folg mir mal. Du siehst ja eh da in die Insel. Mit Shift gibst du halt immer weiter Gas, mit Steuerung bremst du. Das heißt, wie wir einfach von der Umstände versuchen, alle eins zu nehmen, anstatt dass sich jeder allein müssen. Huiiii. Die Dinger sehen voll kacke aus, aber ist irgendwie... Aber die sind so schnell, man. Irgendwie. 380. Ja, genau. 390 gleich. Ich mach'n Salto. Mach'n Looping. Ja. Ist ja nicht das Gleiche. Meiner möchte grad nicht. Oh, ja. Alter, rückwärts Salto, alter. Rückwärts Salto. Meiner möchte grad nicht. Und, 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 komm, du schaffst das. Yeah, ich hab's geschafft. Wo bist du eigentlich, ich hab dich vorerst in irgendeinem Fall noch. Bist du vor uns oder hinter uns? Hinter euch. Ich flieg jetzt zu Lost Insel. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Ja, Marco. Ja, die Dinger noch kommt. In dieser Dinger. Kann man da irgendwo landen? Äh, nö. Crash den einfach irgendwo rein und springt vorher raus. Nee, ich spring hinterher raus. Da fließt man eh runter, oder nicht? Nein. Nur in Singleplayer an der Mission. Ja, da muss man da noch alles kaputt machen. Ja. Nach der Mission auch im Singleplayer stürzt man da nicht mehr ab. Okay. Hast du das Spiel eigentlich so von der Story her durch? Ich? Ja. Ja. Aber alle Errungenschaften da jetzt noch zuhören habe ich. Ich war letztens so motiviert und hab versucht das zu machen, aber dann irgendwie... Oh lol. Okay, es passiert doch. Marco raus, eh. Man stürzt ab? Ja. Das sieht sogar ziemlich episch aus. Man kann auch einfach Slash TP Lost machen. Ja. Wo seid ihr denn jetzt abgestürzt? Direkt am Anfang von der Hinsicht. Irgendwo im afrikanischen... Ah, ich sehe Marco. Ja, ich bin ein bisschen weiter vor Marco. Sind hier Autos? Normalerweise sind hier Autos. Ja. Ich glaube da, wo ich gerade hinfliege. Marco, guck mal wie ich lande. Ich bin auch abgestürzt, Robin. Ja, ja. Ich bin auch abgestürzt. Wo seid ihr? Ich bin über dir. Warte mal. Ich bin weg von euch. Ich hoffe, wie ich gerade lande. Ah, hier ist kein Auto. Nein. Nein. Ah. Ergalitsch. Marco, warte halt. Ich habe ja zwei Schrotflinten. Ah, da ist ein Auto. Geil. Haben wir auch noch. Aua. Hab ich dich getroffen? Ja. Lol. Wo seid ihr? Wir laufen hier gerade durch die Insel. Wie ging das nochmal mit dem Rollen? Äh, Tab. Seht ihr so eine Brücke? Wir sind mitten im Dschungel, Mann. Wir sehen gar nichts. Okay. Dann habt ihr das zum Glück auch nicht gesehen. Oh, weil es so schanäglich ist. Ah, Baum. Ist rechts oder links von euch ein Fluss? Nö. Also ein Fluss in den... Irgendwann. Nö. Ist gar nichts außer Busch. Nein, wenn ihr auf 1 drückt, ne? Da ist ja eine Map. Da habe ich eine Brücke. Ah, man kann nicht weiter ran zoomen. Ist ja eklig. Ah, da. Ich sehe euch. Ja, Marco sieht die Brücke, wo ich bin. Ich stehe da mit dem Auto drauf, Marco. Rot haben wie. Ich habe keinen Plan, wo Marco hin ist. Drück auf die Map. Ja, man sieht dich nur leider auf der Map nicht. Drück mal F1. Da sieht man diesen Fluss. Links oder rechts denn? Ja, links. Wie soll ich in den Berg da hochkommen? Mit dem Fallschirm? Ja. Von unten mit dem Fallschirm den Berg hoch. Ja. Ja. Ach ja, stimmt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ihr habt das Spiel noch nie wirklich gespielt. Ich auch nicht. Und warum E? Das ist F. Ja. Dann habe ich auch gesagt. Ne, F. Noch. Nur mal zuhören. Was war das? Das war die Töße. Wie man da verschlädert auf der Brücke. Ah, geil. Ah, geil. 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 Ist das schwarz da? Nein, blauer. Ne, ne, ne. Lesser. Mini-Gatling. Wie ich es höre, Alter. Ja, hast du auch eine? Woher sind du die jetzt? Die sind da drin. Echt? War die da? Loll. Ach, das ist hier wahrscheinlich für jeden Einzelnen. Hör mal auf, mich zu schießen, Mann. Treffen wir dich, oder was? Ja! Okay. Da steht's da ab. Na, jetzt war es in den Wolken. Halt mal, können wir die Türme dann eigentlich... Ja, lassen wir den Turm da oben zerstören. Das ist voll die gute Idee. Geht das denn? Ja, wir müssen dann nur hoch, gleich krass hin. Boah, ich war auf dem Desktop. Ah! Geh du mal ins M.G, Marco. Ja, die Palmen kriegt man auch nicht. Oh nein, mein Spiel kackt rum. Marco. Ich mein's im G. Mit dem M.G hier solltest du die Palme rumkriegen. Hier bei mir. Ja, ich da. Mach alt. Dann S. Dann S, ja. Ja. Aha. Bei mir saß du noch vorne drauf. Sorry. Oh Gott. Ja, Robin. Geile Idee. Wie Robin mit mir einfach in der Luft läuft. Ja, du bei mir gerade auch. Wie der Hammer, wie ich kaputt geht. Meinst du, die Brücke kann man einstürzen lassen? Was machst du, Robin? Wo bist du eigentlich? Ich schieß jetzt auf dich. Wenn man da reingeht, dann bin ich packen an die Böden. Ja. Dank gut. Komm her, hier wieder in den Hambi. Ja, jetzt ist Robin, aber du bist mir voll heil. Alter, wie kaputt der Hambi ist. Ey, nein, der ist voll heil. Bei mir ist der komplett im Arsch. Wie gesagt, ich konnte ihn noch nicht kaputt machen. Also, wie kommen wir denn jetzt eigentlich nach da hinten? Mit Sprengstoff. Wie kommen wir nach da hinten mit Sprengstoff? Ja, tut mir leid, die Brücke hier backt ein bisschen rum. Du backst rum. Ja, das lag an der Brücke, ne? Jan, das lag an der Brücke. Nee, das lag jetzt an mir. Definitiv lag das an der Brücke. Ja, Marco, steig mal besser hinten. Nein, ich muss jetzt hier runter. Dann fliegst du nur wieder weg. Nicht auf meiner Seite. Doch, bin ich aber. Ja, wie er wegfliegt. Ja. Wie so ein Mongo. Oh Gott, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Egal. Ja, wir fahren eiskalt einfach mal in den Dschungel rein. Reißen noch ein paar Bäume mit. So funktioniert also die Abholzung der Regenwälder. Das Regenwald ist... Ey, mein Cam ist gerade voll verpackt. Meine auch, immer noch sogar. Ich bin im Auto, wenn er nicht. Ja, ich flitt halt gerade schon hoch. Ey, jetzt fahr ich. Warum war Marco jetzt der Beifahrerfahrer? Weil ich raus bin und dann der Beifahrerfahrer bin. Weil hier oben sind eh wieder Autos. Nein, ich rutsche ab. Oh, jetzt haben wir sogar die Redenzierung. Ja, hier ist hier dein Hampi. Ich fahle gerade übel. Da habe ich einfach... Ja, sicher. Wohin denn? Äh, hoch. Auf den Hügel. Hier, ich habe ein Hampi. Aber nicht mich. Da, wo der Turm ist, der große. Ich bin fast auf dem Turm. Ich glaube aber nicht, dass wir da hoch gehen. Marco, nicht da. Du siehst uns doch auf der Map. Auf der Minimap oben. Oh, ich habe gegen den Baum geflogen. Bist du schon bei mir drin, Robin? Ach, die andere Seite? Nein, mein Interhaken meint dein Auto nicht anwesieren zu müssen. Jetzt hat er es geschafft. Achso, da. Auf deinem Auto. Du warst über... Nein! Aha. Ja. Ach, da unten. Ich überlege es auf der anderen Seite ein. Ich bin durchs... Übers Dach eingestiegen. Da geht das nicht anders. Ja, du steckst noch nicht übers Dach ein. Ich bin durch den Interhaken gekommen. Mein Gott, Alter. Du bist durch den Interhaken gekommen? Ja. Was hast du denn mit dem Interhaken gemacht? Ich habe wieder meine Pro-Fahrer-Skills auf der scheiße Brücke. Auf der scheiße Brücke. Ey, die hier im Park nicht komisch. Denk mal. Wo ist eigentlich der ganz große Turm? Ist der jetzt gerade links von uns? Da habe ich nicht nach vorne geguckt. Was ist die Brücke? Wie geil ist das? Ich erinnere mich an Borderlands. Apropos. Ja. Ja, nix. Ich habe schon lange aufgenommen. Was soll sein? Da gibt es nichts im großen Turm. Steil. Steil. Das hört sich nach Steil an. Äh, nach Steil an. Aber sollte Steil heißen. Ja, ich komme hier voll durcheinander bei der Karte, ne? F5. Ach, da ist der große Turm. Wie sind wir denn davon weggefahren? Wieso sagt der nix? Ich weiß nicht, wir waren ja gerade da, da haben wir den Humblee geholt. Ich weiß nicht, wir waren ja gerade da, da haben wir den Humblee geholt. Wir waren doch am großen Turm. Nein, das war nicht der große Turm. Wir waren aber an dem großen Turm. Ja, rechts an dem großen Turm. Ja, Marco. Also an dem nicht so großen Turm. An dem großen, aber nicht so großen. Das ist auch eine andere Brücke hören. Nein, das hat genackt gesagt, die gleiche. Genackt ist die gleiche. Ah, dann lass mal jetzt hoch. Hier, circa sind wir den Humblee eingestellt. Ach, wie rollen wir jetzt? Ey, mein Essen ist da. Oh, wie wir einfach nix momentan in der Aufnahme schon gemacht haben. Mein Essen ist da. Ja, darum beende ich jetzt die Aufnahme. Darum beende ich jetzt die Aufnahme. Ja, ist okay. Jo, nee. Ja, ist ja auch egal. Wir können ja immer noch aufnehmen. War ja so lustig. Äh. Jo, erstmal dann bis. Tschüss. Ja, bis. Ciao. Ciao.